So, und jetzt ist gleich und das geht auch schon wieder weiter. Pass mal auf, ist das so? Ja, da steht wieder Aufnahmesturm. Ja, dann geht's ja. Damit die Zuschauer ja nichts verpassen von meiner himmelhoch jauchzenden Aufwärterei. Oh, die, oh, die, oh, die. Ich weiß nicht, wie man bei der Arbeit noch so gute Lust, so viel gute Laune haben kann. Oh, die, oh, die, oh, die. Ja, 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 ja. Jetzt hab ich im Grunde, hab ich drei Mauern da, ne? Siehste? Ja. Schön. Aber du hast nicht überall noch, äh, sichere Mauern. Wieso nicht? Ja, weil da überall noch diese Spitzen fehlen. Diese Spikes. Ja, aber ich hab schon mal drei Mauern, Zwergenschild. Komm, sieh mal mit, Klopse. Ich muss hier zwei Mauern sitzen. Jetzt hab ich drei. Vielleicht hätt's ja auch von alleine drauf kommen können. Wie, die schöne Mauer da kaputt schlagen? Nee, da hab ich keine Lust zu. Ja, siehst du, und deswegen hast du auch jetzt die dritte Mauer gemacht. Ja. Ich dachte, ich komm heute noch bis zum Militärlager, Zwergenschilde. Schön wär das, wenn du bis zur Schule kämst. Was soll ich denn da wohl? Ja, einen Helm suchen. Da wird ganz bestimmt irgendwo ein Helm in der Schule sein. Und, äh, ja, das lohnt ja sowieso nicht mehr. Wann lohnt nicht mehr Zwergenschilde? Ich wollte sagen, du könntest genauso gut auch noch ein bisschen, äh, Schwarzpulver suchen, Handgranaten machen und sowas. Also, Kohle suchen und, äh, Potassium und daraus, äh, Schwarzpulver machen und sowas alles. Ja, aber, 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 ja, könntest du machen. So viel Zeit hab ich doch gar nicht Zwergenschilde. Ja, das hab ich dir doch von Anfang an gesagt. So viel Zeit hab ich doch. Weißt du was, du machst mir jetzt noch ne kurze Pause. Ja, warum dat denn? Das sag ich dir gleich. Ja, ist gut, ich sag nochmal Tschüssi.